Zuhörer Michael und Marcel haben diesen Klaas SF Baujahr 1960 in Thüringen erworben und versuchen ihn in einen besonders guten Zustand zu versetzen. Auf welchem Wege dieser SF in die DDR gelangte, ist schleierhaft. Wie seid ihr denn überhaupt drauf gekommen, da so eine Maschine zu verkaufen? Also heute haben die meisten jungen Leute ja andere Interessen. Also die erste Überlegung ging dann eigentlich erst Richtung Schlepper. Das ist dann aber von der Anforderung her eigentlich zu wenig, weil das bietet uns eigentlich nicht mehr die Herausforderung. Nee. Und deswegen haben wir dann irgendwann mal durch Zufall den im Internet gefunden, uns da mal hintergeklemmt und dann überlegt, ja gut, Landmaschinen, historisch wertvoll, machen wir. Ja. Und daraufhin wurde es dann der Drescher. Ist auch schön. Weil ich auch bei Klaas bin, habe ich auch für sowas gerne was mitbekommen. Ja, genau. Marcel und Michael haben schon weitestgehend das Schneidwerk nebst Haspel überholt und in einem fast neuen Zustand versetzt. Also. Hmm. Wie bitte. Wie bitte. Vielen Dank. Vielen Dank. Mussten wir die unterfüttern, oder? Mussten wir die unterfüttern ohne Puffer? Wir haben was gemacht mit dem Mutter, ne? Der Kühler ist aufgesetzt und wird mit Wasser gefüllt. Nun kommt der spannende Augenblick. Der Perkins-Motor wird gestartet. Bravo! Komm mal sehen, ne? Der Kühler ist aufgesetzt. Der Kühler ist aufgesetzt. Aber es ist aufgesetzt. Das ist aufgesetzt. Der Kühler ist aufgesetzt. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.